Oh, hier waren wir noch gar nicht. Haben wir hier vielleicht irgendwie eine tolle Kiste oder so? Also hier hinten war ich tatsächlich noch nicht. Aha. Wow. Aha, aha, aha. Hier ist auch was zu finden. Kann man alles gebrauchen, ne? Oh, etwa. Sehr schön. Mhm. Okay. Es ist echt extremst schön hier. Hier auf dieser Seite war ich irgendwie überhaupt noch gar nicht. Aber wir müssen ja hier hin. Oh je. Na dann. Mach uns mal auf den Weg, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Äh. Okay. Oh. Voguelei. Ein paar mehr Vogeleier wären wahrscheinlich cool, ne? Hm. Okay. Gut. Weiter geht's. Ähm. Wir müssen genau da rüber. Na dann. Hm. Los. Tja. Aber. Moment. Wir müssen. Nein. Das war das Falsche. Äh. Hier wollte ich hin. So. Meine Lieben. Ähm. Erstmal müssen wir jemanden wieder zum Leben erwecken. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Sehr schön. So. Dann haben wir uns Kaya auch mal wieder zurückgeholt. und machen uns jetzt einfach mal zum Tempel der Tausendwinde. Interessant, 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 was hier alles so passiert. Find ich gut. Dann laufen wir mal. Hm. Oh, ganz viel lecker essen. Nein, du gehst wieder bitte runter. Ich möchte nicht, dass du da hochrennst. Danke. Oh, die kann auch da dranbleiben. Okay, weiter geht's. Hallo. Na, ihr Süßen. Ihr Schnubbelts. Tschüss. Und. Tschüss. Und. Was machst du denn da oben? Hallo. Kommst du vielleicht mal da runter, bitte? Nicht. Dann halt eben nicht, ne? Ich hab keine Angst vor dir, mein Freund. Na, la, 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 la. Oh, ihr habt aber schöne Sachen hier rumliegt. Du brauchst mich hier gar nicht und so. Tschüss. Nimm ich auch noch mit. Bye, bye. Boah. Bleib du mal da auf deinem. Okay, wir müssen da hoch. Wat? Was zum Geier macht ihr da? Wat warnt das? Autsch. 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 Hallo. Du machst das nicht. Und du auch nicht. Schluss, aus, vorbei. Sag mal. Wat ist ja unglaublich hier, wie ihr hier arbeiten tut. Das brauchen wir nämlich auch mal ganz dringend wieder. Und Ei, äh, ein Erz bräuchten wir. Äh, wow, das ist ein bisschen sehr hoch. Ähm, okay, wartet mal. Wir machen, wow, wir machen das mal anders. Oh, da war noch ein Apfel. Wo war ein Apfel? Oh, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ich glaube, hier können wir einigermaßen hochkommen. Ja. Zack. Sehr gut. Hallo. La, 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 la. Tschüss. bist du aber fein gestorben ich hoffe immer noch auf ein follei oder so aber okay dann machen wir mal weiter ich habe das ausprobieren immer noch nicht gemacht so mit der story gerade beschäftigt sollte mich schämen oh hallo du bist eine böse pflanze ouch ich wusste es hallo bist du denn schickes na stirb komm du bist doch sowieso gleich tot lalalalalala danke sehr cool was liegt denn hier ein vogelei hier waren wir übrigens auch noch nie noch was ist voll schön ja hallo hallo ouch das zum ich müsste jetzt habe ich auch die faxen dicke ja ja aber auch einen ganz tollen schlag drauf na komm traust du dich nicht äh ouch ach da ist ja noch einer hallo äh alter der tut schon ein bisschen ein bisschen die 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 Oh, so sorry. Pass mal auf, du kleiner Sack. Tut ihr den wieder heilen? So nicht. Au. Nee, Leute, heilen ist ja nicht. So nicht. So nicht. Hallo? Kannst du mal hier dran vorbeigehen? Es reicht mir jetzt gerade. Wenn du nicht aufhörst damit. Okay. Cool. Oh, so, so. Wow, Blüte des Flusses der Elemente. Aktiviere die Blüte des Flusses der Elemente, um die Schätze der Herausforderung einsammeln zu können. Ui. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und stand auch nicht wirklich auf meiner Agenda, wenn ich ehrlich bin. Aha. Okay. Äh, das war jetzt nicht so gedacht irgendwie. Aber ich muss jetzt mal alle hier so ein bisschen... Okay, dann nehmen wir dich nochmal. So. Sehr schön. So. Können wir denn jetzt endlich weiter? Die schon wieder. Freigeschaltet. Herzlichen Dank. Weiter geht's. Dann gehen wir mal hier rauf. La 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 la. Ämpelt tausend Winde. Oh ne, da ist wieder so eine komische... Warum verschwinden die immer? Das ist doch doof. Okay, auf jeden Fall sind wir hier schon mal richtig. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Da müssen wir hin. Gibt's hier noch irgendwelche... Ähm... Dings, die Bum... Ach, du Sch... Heißer. Okay. Gucken mal. Schleichen uns an. Gibt's hier keine Kisten oder so? Mal... Weil das war ein echt beschwert... Ah. Ein beschwerlicher Weg. Und dafür möchte ich ein bisschen... Sehr schön. Oha. Nicht unterfallen. Gibt's hier noch was? Wäre nicht so, dass ich neugierig bin... Und mich freuen würde... Sachen aufzumachen oder so. Also... Ich mag ja Geschenke. Von daher... Noch irgendeine Kiste hier oder so. Eine Truhe. Haha. Also... Geht doch. Wow. Okay. Das sind jetzt natürlich alles keine super duper tollen Sachen. Oh, was soll ich? Oh, da ist eine schöne Insel, zu der wir nicht kommen. Okay. Gut. Ich würde sagen, ein weiterer schwerer Kampf steht uns bevor. Ja. Ich drücke mich da noch so ein bisschen vor gerade. Äh... Oh, scheiße. Okay. Ja. Das hat sich dann genug ausgedrückt. Wow. Au. Nein. Ich wollte doch noch gucken hier. Verdammt. Wo bist denn du? Da. Hallo. Autsch. 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 Ach, der Typ ist das schon wieder. Gegen den haben wir schon mal gekämpft. Untertitelung.